Jeder, der die Corona-Maßnahmen hinterfragt, ist gleich ein böser Verschwörungstheoretiker und jeder, der die Öffentlich-Rechtlichen schaut, ist gleich ein verblendetes System scharf. Würden zumindest die Extremisten auf beiden Seiten sagen. Das führt aber dazu, dass wir nicht mehr miteinander, sondern übereinander reden. Deswegen möchte ich dir in diesem Video konkrete Strategien für das konstruktive Miteinanderreden geben. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich Willkommen, Benedikt Kelt von der Redefabrik hier. Die aktuelle Situation, die betrifft uns alle und aus der Psychologie können wir auch ziemlich einfach begründen, warum sie uns oft auch so negativ belastet, dass wir zurückfallen in alte Kommunikationsmuster, die oft nicht so unsere konstruktivsten sind. Deswegen möchte ich dir in diesem Video konkrete Strategien, sowohl für dich, als auch den Umgang mit anderen Leuten mitgeben, um einfach in der aktuellen Situation konstruktiver die ganze Sache anzugehen. Fangen wir erstmal an mit einer groben Unterteilung in Ideologien, Meinungen und Fakten. Denn mit den unterschiedlichen Sachen, die teilweise miteinander zusammenhängen, solltest du unterschiedlich umgehen. Fangen wir erstmal an mit den Fakten. Das ist noch die argumentativ schönste Sache. Denn wenn du jemanden hast, der basierend auf Fakten argumentiert, was die anderen teilweise auch propagieren, dann hast du wirklich den großen Vorteil, dass du sowohl für dich selbst einen Erkenntnisgewinn bekommst, über die andere Person, als auch über deine eigene Position und so eventuell neue Fakten aufnehmen kannst. Woran erkennst du Leute, die vor allem auf Faktenbasis argumentieren? Sie zitieren beispielsweise Studien, sie nennen gewisse Dinge und sie sind vor allem offen für den Dialog, für den Austausch und für neue Fakten. Denn das ist die wissenschaftliche Herangehensweise. Wenn wir neue Erkenntnisse haben, dann gehen wir neu an die Sache ran und haben nicht unsere festgefahrene Meinung. Zweitens, Meinungen haben. Hier ist es schon etwas unterschiedlich. Meinungen können mit Fakten unterlegt sein. Allerdings können es auch einfach persönliche Meinungen sein, die nicht unbedingt faktenbasiert sein. Beispielsweise zum Thema Tracing-App. Manche sagen, ja, ich persönlich finde, aufgrund der Datenschutzmaßnahmen, das ist keine gute Sache. Oder ich persönlich finde es, aufgrund der Nachverfolgbarkeit des Virus, eine gute Sache. Das sind jetzt Meinungen. Die sind auch erstmal okay. Was macht man mit Meinungen? Man kann sie teilweise auf Argumente der Faktenbasis zurückführen. Und wenn jemand sagt, ich finde das und das gut, weil, und dann ein Argument nimmt, dann kann man wieder faktenbasiert argumentieren. Wenn es allerdings darüber hinaus geht und dann auf die persönliche Basis geht, dann kann man verschiedene Dinge machen. Man kann entweder erstens auch diskutieren. Wobei ich hier aufpassen würde und eben nicht zu sehr in eine grundsatztheoretische Diskussion gehen würde. Also wenn der eine, sage ich mal, eher eine liberale und der andere eine etwas konservative Einstellung hat, dann geht es jetzt oft nicht darum, in einem kurzen Gespräch sich jetzt groß voneinander zu überzeugen. Allerdings, wenn du die andere Person wirklich verstehen willst, dann geh wirklich auch auf sie zu. Also bei Meinungen ist erstens diskutieren, wenn auch etwas, sage ich mal, vorsichtiger als bei Fakten, durchaus ein geeignetes Medium. Also zweite Möglichkeit ist es, sich zu zweinigen. Das bedeutet, also das ist ein Begriff, den Vera Birkenbiel formuliert hat, dass man sich eben nicht einigt, sondern dass man im Guten voneinander geht und zwar mit zwei verschiedenen Meinungen sagt. Alles klar, vielen Dank, dass du deine Meinung dargelegt hast. Finde ich eine durchaus verständliche Sichtweise. Ich persönlich sehe es anders. Lass uns doch an der Stelle einfach auseinander gehen. Dann wissen wir, wie die einzelnen Positionen sind. Das ist ein sehr starker Schritt, der Charakter stärker erfordert und auch unnötige Diskussionen oder unnötige Streits auch vorbeut. Die dritte Möglichkeit bei Meinungen ist Ignorieren. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich natürlich als Kommunikationstrainer normalerweise nicht empfehle. Ich bin sehr für den Austausch. Allerdings, wenn jetzt beispielsweise irgendjemand im Internet eine Meinung publizierst und du dich darüber aufregst und dich wahrscheinlich noch mehr reinsteigern würdest, wenn du jetzt da irgendwie diskutierst und du weißt sowieso, es würde zu nichts führen, dann lass es doch für deine eigene persönliche Befindlichkeit. Und auch bei anderen Leuten, vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld, kannst du auch einfach sagen, hey, hier hat eine andere Person eine andere Meinung und ich lasse ihm seine Meinung genau wie ich mir meine Meinung lasse. Ja, du überzeugst ja auch nicht jeden davon, dass er unbedingt deine Lieblingsfarbe hat. Sonst ist es vielleicht schon in die dritte Kategorie der Ideologie reingehend. Aber grundsätzlich bei Meinungen musst du nicht unbedingt diskutieren. Heißt, die dritte Möglichkeit ist tatsächlich Ignorieren. Jetzt nicht im Sinne von, ich höre nicht hin, lalala, sondern im Sinne von, ich gehe jetzt nicht aktiv in den Diskurs, um eben keine unnötigen Streitereien, sage ich mal, anzuzetteln. Das ist zum Thema Meinungen. Und dann gibt es noch den dritten Bereich der Ideologien. Das können sowohl Verschwörungstheorien durchaus sein, als auch in gewisser Weise andere, sage ich mal, Überzeugungskonstrukte. Und wie können wir die identifizieren? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also vor Edward Snowden hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ja, das ist auch eine Verschwörungstheorie. Jetzt wissen wir, nein, es ist die Realität. Also das ist schon mal sehr schwierig, weil es eventuell Fakten und es Meinungen gibt. Allerdings ist eine Ideologie dadurch immer gezeigt, dass sie nicht offen für neue Fakten ist. Also beispielsweise man sagt, nein, wer sich dort informiert, der kann nicht eine richtige Information haben. Oder wer beispielsweise sagt, nein, wer so eine Meinung hat, das ist falsch. Also egal, ob man jetzt gewisse YouTube-Kanäle oder gewisse Medien oder gewisse andere Personen komplett allein, ohne dass man über die Inhalte redet, diskreditiert. Und dann tatsächlich, wenn man inhaltliche Gegenbeweise bringt, die andere Person sagt, ja, aber das liegt daran, weil die Person da und da dazu gehört. Und was auch immer heißt, es ist ein in sich geschlossenes, wir nennen es in der Argumentationstheorie, eine epistemische Schließung. Also normalerweise ja hier bei der faktenbasierten Argumentation ist es so, da kann neues Feedback reinkommen, das dann verarbeitet wird und eventuell zu einer neuen Lösung führt. Während bei Verschwörungstheorien, bei Ideologien und bei ähnlichen Konstrukten es eben eine epistemische Schließung ist, da kommt kein neues Argument rein. Und da empfehle ich dir wirklich folgendes. Nummer eins, ignorieren. Warum? Es ist oft so, dass diese Theorien gar nicht mal so sonderlich gefährlich oder sowas sind, sondern sie sind einfach unnütz in der Diskussion. Weil keine der Seiten irgendwie weiterkommt und man sich nur weiter irgendwie darüber ärgert und was auch immer. Heißt, das würde ich wirklich oft empfehlen. Beispielsweise, du siehst irgendwas im Internet oder irgendeine andere Person sagt irgendwas. In vielen Fällen kannst du es einfach ignorieren. Wenn es noch eine Meinung ist, dann kannst du gerne auch darauf eingehen und sagen, hey, du, ich finde es gefährlich, dass du da in gewisser Weise den Standpunkt hast und ich will da einfach mal verstehen, wie du das ansiehst. Und damit wären wir schon beim Punkt Nummer zwei, den du bei Ideologien anwenden kannst, nein, nicht argumentieren, nein, nicht Fakten nennen, sondern hinterfragen. Also quasi Fragen stellen. Und da habe ich ein anderes Video auch schon zu gemacht, eben nicht die eigene Meinung da irgendwie zu propagieren, sondern zu hinterfragen oder erstmal zu fragen, hey, wie bist du auf die Meinung gekommen? Dann eventuell Fragen zu stellen, um eventuelle Widersprüche aufzudecken, aber selbst auch noch offen zu sein, eventuell eine andere Meinung mit zu präsentieren. Respektiere und akzeptiere Fakten. Wir sind in einer Meinungsfreiheit. Sei offen für neue Fakten. Allerdings, wenn jemand Ideologien präsentiert, dann sei durchaus auch vorsichtig. Hier geht Selbstschutz vor Fremdschutz in gewisser Weise. Und da empfehle ich dir einfach auch kommunikativ ein bisschen aufzupassen, selbst nicht in einen psychologisch zu negativen Zustand zu gehen. Denn oft werden sehr stark vorgebrachte Meinungen oder Ideologien so überzeugend drübergebracht, dass die dahinter gehenden Fakten gar nicht mehr wirklich beleuchtet werden. Informiere dich also in der aktuellen Situation möglichst bei vielen Seiten. Sei allerdings vorsichtig und prüfe auch die Quellen, prüfe auch die Fakten, ob die in den Meinungen beispielsweise etwas verzerrt dargestellt worden sind und ähnliches und bild dir dann eine Meinung. Werde aber nicht zu einem Missionar, der irgendwie wütend über die Stränge schlägt. Das ist keine sehr hilfreich und konstruktive Kommunikationsform. Falls du noch weitere Fragen dazu hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf dich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Gutes Kommunizieren mit Leuten deiner Meinung und einer etwas anderen Meinung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.